das ist so zog dass ich das immer vergießt einfach ja ja just chatting ein zuschauer wie sie führe schon da werden die schon am essen bin muss ja meinen es treu bleiben macht manchmal winter betrieb sie waren mit dem verkehr machen wir jetzt sicher weil auch mal das ist falsch das ist eine gute frage keine ahnung antrieb 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 blockieren ja das war das dass die starthilfe für den motor arbeitet alle und starte erst dann eine störung aufgetreten ist gesetzliche mindestprofil der motorstand zu gering ist alles außerdem hilfsmotor wodurch kann sie die batterie absichtlich und absichtlich unabsichtlich entlarmen es ist zu viel das ist einleitig zu viel essig jetzt kommt sie fahren mit einem bkw mit einem benzin und diesem motto warum müssen sie das schmierfähigkeit was müssen sie beschädigungen reifendruck anzeigen mindestprofil vier winterreifen zwei sommerreifen dank deckel und in betriebsanleitung winterreifen wenn das fahrzeug stark beladen ist woher sie folgen müssen sie rechnen wenn der druck zu gering ist oder zu hoch alles außer dass sich das lebensdauer verlängert beleuchtung ob sie verschmutzt sind ob sie um um und wo 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 Oh, yep. Hmm. Ja, da es die Batterie leer geworden ist, na, nicht mehr aufgeladen. Okay. Ich werde... Okay. Und das mit der Hand. Ja, Pkw hat ein Beziner oder Dieselmotor. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Erstickungsgefahr. Erstickungsgefahr. Okay. Okay. da die klippel da partikelfilter wie verhalten sie sich die breite mein fahrzeug ist wie man auch erkennen bekennbar wenn ich anhalte genau sichere pannendienst ok ok also wenn das aufleuchtet ist nichts mit weiterfahren interessant ja 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 Das war's. 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 Niedrige Gangstufe. Niedrige Gangstufe. Gut, dass es falsch ist, aber wir waren immer sicher. So. Weihrausen. Worauf müssen sie achten? Das war eine schlechte Idee. Das ist einfach eine schlechte Idee. Leer wäre woher alles. Aua! Aua! Das war so. Das ist sehr. Hm. Jetzt kommt es. Und ich halte einer sicheren Stelle. Ja, die Handzeichen. Die nehmt es nicht mehr. Eisenbahnkreuzung. Ja. Da kann man nichts leihen, weil er dann weiterrollt. Betriebsanleitung. Die tausend und weiter folgen. ja ja nein nein umweltschonend zuvor alles aus dem service sammeln ich glaube nicht dass man dann noch fahren sollte jetzt schon ein paar dinge und dann neuen stream und dann älter scrolls haben wir gut content macht ja 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 ihr bkw hat manuell zu betätigen das schaltgetriebe höheren gang auf einer ebenen strecke zweitens in betrieb ja denn na ja 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 so schlecht ist so schlecht